Hallo, ich bin die Lena von Memodo und heute stelle ich euch ein Jollywood Glas-Glas Modul vor mit semi-transparentem Backsheet. Das Modul ist in den Leistungsklassen 375 bis 400 Watt erhältlich und ist 1,77 m lang und 1,05 m breit. Die Rahmenhöhe beträgt 30 mm und die Rahmenfarbe ist schwarz. Ausgestattet ist das Modul mit N-Type-Zellen, bei Jollywood N-Topcon-Zellen und es ist ein bifaziales Half-Cut-Modul aus monokristallinem Silizium. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze von hinten mal an. Wie man hier gut erkennen kann, ist das Modul bifazial. Es verfügt über Original MC4-Stecker, es hat ein semi-transparentes Backsheet und die Kabellänge beträgt 1,20 m. Das Glas-Glas Modul, das wir hier sehen, wiegt 24 kg und ist sehr gut für den Privatbereich, aber vor allem für den Gewerbebereich geeignet. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.